Und damit willkommen zurück zu Borderlands 2 mit Flash Mit Centus Und wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? In Forstband Canyon Da wo wir auch hingerannt Nicht wie beim letzten Mal Fail So wir suchen jetzt den Firehawk Das ist seine Schuhe Das ist die Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk So weit meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben Wo lang? Da Wir werden ihn an seinen eigenen Angeweiden aufhängen Ah Na dann Das war ein bisschen überdeutlich Ja Ja Ein bisschen überdeutlich Kriegt was aus dem Maul, warte mal, war das? Wieso wird meine? Ne Klo geht nicht auf Ah ne das geht später auf, ich glaube mit der Mission hier Gibt es noch eine Mission oder so Achso 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 Weil man glaube ich auch die Dinger ja anbrennen musste oder so Welche Dinge? Irgendwie musste man die anbrennen, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau Und da war es die hier Für die hier Irgendwas musste man anbrennen da später Keine Ahnung Oh 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 Ja Ja Oh der rastet aus Kommt einer Oh nein nicht der, nein, nein Was denn? Rasen, nein Dann muss ganz schnell drauf Der ist doch tot Dann ist gut Weil wenn die ausrasten ey, dann gehts erst Dann gehts richtig los Ja das ist scheiße, die sind resistent ey Ja aber du hast ja nicht nur Feuerwaffen dabei oder? Ja meine Schrotte ist keine Das siehste Dann stellt dich mal nichts an Ja toll, ich brauche unbedingt gleich ne Waffe Wow Ich brauche auch nicht nur Feuerwaffen dabei Ja aber wie gesagt, ich brauche gleich ne Waffe Äh die ich nicht nur sch- äh ich hab bald zwei, zwei Feuerwaffen und eine Schrotflinde aber die Schrotflinde geht die Munition ja so schnell alter Ja Warte mal Warte mal, ich hab jetzt hab ich dir bald noch gefickt Oh Was denn? Gibt's noch mal unten necker hier Gibt's noch mal unten necker hier Das ist halt das Problem Ja Das ist immer das Problem weißt du Boah pass auf Badass Ja Autsch Boah komm ey Autsch Boah komm her Dich mach ich kalt ey Da ist irgendwo ne Waffe gedroppt worden oder? Also nicht Bye Boah ist da nicht wahr Ich bin nur Wichser ne? Hast'n? Jo Ade Nein Komm her Zipapa Boah Ich geh erstmal weg Ich muss erstmal weg Hallo Hey du bist jetzt ne Witch Seit wann bist du ne Witch? Wieso bin ich ne Witch? Steht da rum Wieso bin ich ne Witch? Wieso bin ich ne Witch? Ja Ja Habe ich nochmal mich steht kann Bye Woher kommt er? Da Lebst noch ne? Na Gut Hm hm Wo sind die alle noch? Jawoll Was geht da hinten noch? Hinten auf den Container ballern Ja Ja Alle überall unten Na dann Geht auch keine mehr Machen Naja Sind noch irgendwo ne? Ja Kann sowieso hier runter gehen erstmal Na ich bin direkt hier durchgeheizt Mh Mh Hat sie fein gemacht Mh Hat sie fein gemacht Mal das ein Sacken hier rum Wie er mal Na jetzt mal alles schöner Ja sag du erstmal ein ich komm ich Ich sollte da Bürgerkrieg nicht mehr gewesen deswegen Ich bin ein paar Ja Ich bin ein paar Säbste Ne Ne Schade Nicht mit der Schrott die wenn ich mit der treffe dann Feierabend hin profil das problem ist mit der zunge zu stellen barstattung macht das machen aus röster jetzt was die heilung weil ich ihnen das gehört nicht die mit meiner fähigkeit in die mangel nehmen und so die dann so kehl's den krieg gibt es heilung gestern schon so gemacht nein ich meinte das ist dann so macht ja ist klar die wieder keine schrubflitten ohne eine schrubflinne unter da da müsste man lang da will ich heute nicht lang das rauten symbol ist das schildern folgen da oben warst du schon dieben was noch nicht guck mal was haben wir ein sniper die noch billige waffen das ist Mist egal ich nehme die mal mit auf mein wegen haben aber was kriegst du dafür kriegst du gar nix mehr mittlerweile kriegst du nur noch kack was haben wir denn da klasse maximal geschwindigkeit plus Geld haben oder nicht haben das ist das ja immer der geschwindigkeit 4 was hat das denn nach 5 komm da aber nicht komm da aber nicht komm wir gehen weiter da sind wir hergekommen hier ist ein trüchen trüseurchen auch ein bisschen Geld das so so was haben wir hier vorne wochen die munition ja das ist ungewöhnlich der firehawk hat die bloodshots längere zeit schikaniert aber sie haben nie zuvor ein so umfangreiches auf den firehawk eingeleitet ich frage mich warum sie sich so sicher waren komm wir denn hier auch ja ja was haben wir hier das ist meins meins was gab's denn da was ist denn das magazin größe und ladegeschwindigkeit ist wirklich team abklingzeit aktionsskill abklingzeit für das gesamte team ist das bei mir ok team habe ich noch nicht könnte ich so machen das ist dann bin aber ich mache mir bestellen wiederum ja fox was bin ich das biest äh wird schon wie ich jetzt kümmern was war das lalalala was war das war das jetzt bist du fox vorher warst du mich vorher ist das mit schluss korrosion aber ich habe keine korrosionswaffe ist ok wei ein bisschen schatten ne brauchen wir sowieso später korrosionswaffen für jeden wenn wir nach alle vier haben müssen wir überall einen slot dafür haben ja korrosionswaffe schockwaffe äh brennen vielleicht noch auch ja kommen sie nein ich hab wieder die kacke komm her ja komm her ficken ficken äh nein was denn der muss sterben der muss sterben ja dann töt ihn töt ihn der ist na diese dinger der deswegen brauchen wir auch später das halt ne ja weil halt so fighters spiderwebs sind sowas die ah nein jetzt komm ich nicht an den dran oder was ah aua oh was haben wir denn hier Munition was ist denn jetzt äh kannst du denn auf den kanister schießen achso jetzt kommt der rasende warte mal hier müssen wir den spaller den rasenden nicht ab den kann man nochmal reizen ja jetzt wird er glaubt jetzt geht er richtig ab oder ja der verprügelt nämlich dann auch die anderen drin was soll er doch mehr jetzt ist komplett erst genau genau das was du hast ja du hast ja dann gibt es nicht noch ein bisschen mehr punkte für das halt geil an dem so so war von planen leben auf laden nice ich habe auch den falsch gedrückt deswegen habe ich ihn in die kugel gesteckt ja so gut gewesen war da jetzt nicht verkehrt weil durch die granate wurde er nicht erwischt achso ja gut aber zugänger schneller dauernd ich glaube durch eine fähigkeit hätte ich dann noch richtig nochmal schaden zusätzlich nur hätten wir eine kugel drin ist mir nicht kann beschreiben wir kriegen die heilung dafür wenn wir den direkt in der kugel gehen manchmal ist das echt hilfreich so auch wie wir fassen verrecken sind ja ja deswegen gucke ich mal wie weit mein leben ist und meine fähigkeit noch ach guck mal hallo nice na wo ist denn der nächste na da sagt na 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 ok falsch gedruckt haha da muss ja auch immer aufpassen f oder g das ist immer so na warte das wieder durch bis wieder ein modus ist nie gar ... atm das haben wir hier an funden ... ... ja ich kaum plötzlich klopfen auf der Stelle ... 2 jetzt auf den meistern die schrothel- munizien nahm wo sind sie na dann muss man ja nicht mehr sein braver danke eine weitere hausfahrerung gemeistert ja genau da habe ich die waffen schon vorgewechselt da nicht runter oder später runter mal wird es noch interessanter damit euch die passenden für ja muss man kurz meine waffen durchladen kann man gucken ob ich irgendwelche waffen habe ich austauschen könnte ich glaube nicht kann hatten nutzen und ich muss auch mal ganz kurz gucken ich hatte ich noch eine andere handfeuer waffe irgendwie alles kacke naja ich bin immer wieder die hier aber hauptsache ich arbeite immer die questwaffe öfter eine kürze ja ja weil die sind ja alle immun gegen feuer deswegen hast du da wieder eine munition so entweder quest folgen oder einmal hier einen kurzen schlenker machen und da war gar nichts außer sie hatte nicht kill noch nicht hatte er so ein container hin drauf na komm schon alter der container na ja dass ich manchmal nicht treffen jetzt schon explodiert wir müssen eigentlich dahinten lang aber ich meine ja nur so farien und schlenker machen so auf jeden was besonders ist was man hier sehen tue ich jetzt nix zwei kleine scheiße okay die sind nicht immun gegen die feuerwaffe